So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO nach der Raid Mania, nach Raider Mittwoch, nach dem Sticker Update Feature Video. Jetzt noch zur Vollständigkeit natürlich die nächste Safari Zone. Wir haben eine gehabt in, ich hab's schon wieder vergessen, dann hatten wir eine in Taipei, die dann jetzt auch war und es wurde ja schon bekannt, dass es auch eine dritte gibt, nämlich in Singapur, die Heimat von Brandon Tan. Und ich kann euch schon sagen, selbst in Taipei gab es auch Brandon Tan. Den hab ich nämlich da gesehen an einem Log-Modul, das war richtig cool. Weil ich war auch da. Hä? Das ist egal, da muss man nicht drüber reden. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass in letzter Zeit gerade übers Wochenende verteilt natürlich vorher aufgezeichnete Videos kamen und so weiter und ich auch keine Streams gemacht hab. Jetzt wisst ihr auch warum. Ich war gar nicht da. So, Tickets für die kommende, ach, Tickets für die Pokémon GO Safari Zone in den Gardens by the Bay jetzt verfügbar. Und dieses Titelbild sieht wieder mal richtig schön und genial aus. Was auch direkt auffällt hier, dieses Pikachu mit Ballons. Es gab ja damals das Luftabenteuer, wo es Pikachu mit Ballons gab, die anders aussahen wie die Pikachu Ballons, die wir hatten. Wir haben nämlich mal Pikachu mit Ballons bekommen. Zum 5-jährigen Jubiläum waren es die gleichen Farben, aber ein Ballon mit einer 5 drin noch, zusätzlich, sodass es zwei verschiedene dann insgesamt waren. Dann gab es das Luftabenteuer, wo es wieder andere Pikachus gab mit andersfarbigen Ballons. In Okinawa, jetzt hab ich's, wo ein Jahr lang dann diese Pikachus mit Hemd und Zeugster gespawnt sind. Taipei hat sein Luftabenteuer bekommen, wo es wieder andere Hemden gab und andere Luftballons, eher grünlich. Und jetzt haben wir Singapur, was wieder Pikachus mit Hemden bekommt und wieder andere Luftballons, weil es auch wieder mit einem Luftabenteuer zusammenhängt. Also, da ist ordentlich was los. Manche haben das ja gemerkt, dass in Taipei Luftabenteuer da was los war, weil es Megalatias und Latios Raids gab, wo Leute eingeladen wurden und sich gewundert haben, hä, wieso lädt er zu Megalatias ein? Wo ist das denn hin und her? Das hing damit zusammen. Was mich sehr freut, ist, dass man hier Lapras sieht auf dem Bild. Habe ich, glaube ich, nämlich noch keins gemaxed, weil ich immer keine Bonbons hatte. Korazon, ja, ist ein nettes Shiny, was viele richtig gut finden. Neu, Felilu wird ja eingeführt als Shiny, da wird es für uns weltweit dann auch wieder also eine Forschung geben, wo wir das sicherlich dann sechsmal rauskriegen können und die Chance darauf. Neues, Icognito Shiny ist, glaube ich, auch dabei, nämlich das I. Und Matakamba wird als regionales Pokémon hier noch aufdrehen. So, was haben wir jetzt hier die Fakten? Singapur, Freitag, 18. November bis Sonntag, der 20. November. Das müsste ein Wochenende vor dem Seaday-Wochenende sein mit Teddy Ursa, wenn mich nicht alles täuscht. Im November habt ihr ja eh den Classic Seaday. Dann habt ihr die Safari-Zone und dann habt ihr den Teddy Ursa. Seaday ist also immer was los. Erkundet, ne, warte, die Teilnehmer dürfen sich auf Fotopunkte, Giveaways und vieles mehr freuen. Erkundet mit uns die bezaubernden Gardens by the Bay und die Stadt Singapur. Wer noch nie bei einer Safari-Zone war, geht mal hin. Wer noch nie bei einem Go-Fest war, geht mal hin. Wenn ihr in Deutschland lebt, nicht ungefähr hier, weil das viel zu weit ist, aber wer aus der Nähe dort ist, was wahrscheinlich keiner von euch hier ist, geht da hin. Wenn was in Deutschland ist, ist das auf jeden Fall immer ein Muss. Ja, guckt euch das Berlin-Video an vom Go-Fest oder Dortmund Go-Fest von den Jahren davor mal. Guckt es euch an. Es hat auf jeden Fall immer Spaß gemacht und war richtig brutal. In Singapur findet jedoch nicht nur eine Safari-Zone statt, sondern auch ein Pokémon-Luft-Abenteuer-Event. Trainer mit Ticket für die Safari erhalten Zugang zu exklusiven Pokémon-Luft-Abenteuer-Event-Inhalten. Einige Features werden jedoch auch für Trainer ohne Ticket verfügbar sein. Das Pokémon-Luft-Abenteuer-Event läuft vom 18. bis 20. November in der gesamten Stadt. Gesamte Stadt, komplette Zeitraum, während die Safari-Zone hat ja 10 bis 18 Uhr oder 12 bis 18 Uhr, je nachdem ob Early Access oder nicht, ihren Zeitraum. Das ist sonst dann nix, aber in der gesamten Stadt währenddessen trotzdem dieses Luft-Abenteuer. Trainer mit Ticket für die Safari-Zone in Singapur begegnen anlässlich der Pokémon-Luft-Abenteuer auch Event-Pokémon wie Fliegenes, Pikachu und Labras. Mit Glück begegnet euch sogar Marakamba, das normalerweise nur in bestimmten Regionen anzutreffen ist. Darüber hinaus besteht für Ticket-Inhaber zum ersten Mal im Pokémon Go die Chance, einem schillernden Felilu zu begegnen. Tickets allgemein 17 SGD, aber das ist ja, da seht ihr ja, wenn ihr ein Ticket kaufen wollt, steht ja eh da, was da ist. Geht natürlich wieder nur über Kreditkarte, Umrechnung, spare ich mir jetzt alles und ja, Zeit also wieder 10 Uhr bis 18 Uhr mit Early Access oder 12 bis 18 Uhr normal. Was haben wir trotzdem, was gibt's noch? Hier sind die Pokémon-Aufgeliste, die es gibt und es sind die Boni-Aufgeliste, die möchte ich euch trotzdem auch mal zeigen. Gameplay für Ticket-Inhaber gelten am Veranstaltungsort und Tag im entsprechenden Zeitraum. Wir haben die folgenden Boni, 4 zusätzliche Spezialtausche während des Events, also maximal 5 an diesem Tag, 50% weniger Staub fürs Tauschen während des Events. Ist nämlich immer schön, wenn man vor Ort Leute trifft, die rennen auch meistens mit Schildern rum, der eine sucht das, der andere sucht das, der hat das, der hat das. Dann kostet das nicht eine Million, mit dem Fremden zu tauschen, sondern nur 500.000 und das ist manchen das auch wert, wenn die richtig aktiv und hart zocken. Exklusive kurze Spezialforschung, es gibt Event-Feldforschungen. Für den Abschluss mancher Forschungen begegnet ihr Pikachu mit Safari-Hut. Gab es ja auch schon öfters, ist jetzt nicht mehr so neu, aber manche haben das natürlich nicht und würden dann da vielleicht die Chance nutzen. Während des Events aktivierter Rauch hält 8 Stunden lang an, damit ihr wirklich, wenn ihr um 10 Uhr zündet, bis 18 Uhr mit einem Rauch durchrauchen könnt. Außer der Abenteuerrauch natürlich nicht. Während des Events aktivierte Log-Module halten 4 Stunden lang an. Da bräuchtet ihr also 2. Die Chance ist erhöht, dass Kumpel-Pokémon Souvenirs finden, zum Beispiel einen Exclusive-Papierflieger. Der Isro hat jetzt eine Aufgabe für sein Level-Up, der muss Souvenire finden und weiß nicht, wie das geht und fragt mich jeden Tag, was für eine Scheiße. Weil er findet einfach keine Souvenirs. Ich hab gesagt, naja, mit dem Buddy halt und irgendwann, das geht von alleine. Macht er jetzt schon 3 Monate dran rumgefühlt, findet einfach keine Souvenirs. Deshalb habt ihr Tipps, wie man Souvenirs findet. Er hat extra einen Best-Buddy genommen, den er auf der Map rumlaufen hat. Er findet aber einfach keine Souvenirs. Besondere Pokémon. Die folgenden wilden Pokémon können dir einem Veranstaltungsort begegnen, wenn ihr an dem Tag und dem Zeitraum spielt. Pikachu mit lilafarbenem T-Shirt Blumenmuster. Darf nicht fehlen in der Sammlung. Fliegendes Pikachu mit mehrfarbigen Ballons. Geh mal weg. Fliegendes Pikachu mit lilafarbenen Ballons. Du bist mein Freund. Alola Mautzi. Fleckmon. Muschas. Das wäre ja die Gelegenheit, endlich Austausch zu pushen auf Level 50. Ihr seid doch verrückt. Schlurp. Labras. Togetic. Auch sehr starkes, nützliches Pokémon natürlich. Muschas auch hier mit Sternstaubbonus extrem. Griffel. Skorkler. Corazon. Hydropi. Bummels. Kikugi. Dürfte auch ein selteneres Shiny mit sein. Driftlorn. Felilu. Neu. Somnijam. Was es nicht als Shiny gibt. Madakamba. Algit und Imantis. Und ihr seht die Buchstaben S-I-N. Warum auch immer. Warte mal. Jetzt gehe ich mal hoch hier, was so steht. Gardens by the Bay. Hm. S-I-N. S-I-N für Singapur. Genau. So wahrscheinlich. S gibt es natürlich schon als Shiny. War ja auch bei Ultra Beast mit drin. Das N gibt es schon als Shiny, weil das woanders mit drin war. Das I dürfte aber neu sein. Ich glaube, I gab es bisher noch nicht als Shiny. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es nicht. Ich dürfte bis jetzt, glaube ich, alle Shiny Eccognito haben. Gab es das I schon? Gab es das I noch nicht? Ist das I neu? Wäre das einzigste, was jetzt von den Eccognitos, glaube ich, interessant wäre. Für die extremen Shiny-Sammler, die alles haben wollen, schon alles haben und auf neues aus sind. Ah, die. Nein. Aus. Pfui. Und ansonsten. Pokémon Luftabenteuer. Seht ihr auch nochmal hier. Die folgenden Boni gelten vom 18. bis 20. November für alle Trainer in Singapur. Mega Latias und Latios in Mega Raids. Mehr Team Go Rocket Ballons. Pokémon Luftabenteuer. Sticker. Konfetti auf der Karte. Besondere Pokémon. Pikachu mit lilafarbenen Shirt. Fliegendes Pikachu mit lilafarbenen Ballons. Und Labras. Zur Feier des Pokémon Luftabenteuers begegnen Trainer in Singapur auch in den kommenden Monaten noch Pikachu mit lilafarbenen Shirt Blumenmuster. Also die Ballons sind immer nur direkt während des Luftabenteuers. Das Shirt gibt es in Okinawa war es ein ganzes Jahr lang, was also immer noch läuft. Taipei hat auch ein Jahr lang dann das Grüne. Also wichtig wäre das mit dem Ballon zu bekommen im Event Zeitraum. Könnt ihr nicht nach Singapur reisen? Die Sticker zum Pokémon Luftabenteuer sind vom 11. November um 8 Uhr bis zum 20. November 20 Uhr für Trainer auf der ganzen Welt verfügbar. Dreht Pokestops oder öffnet Geschenke, um diese Sticker zu sammeln. Schön, dass wir dieses schöne Sticker-Update-Video vorher noch hatten. Feiert den Auftakt der Go Safari in Singapur mit einer kostenlosen, weltweit verfügbaren, befristeten Forschung. Für deren Abschluss begegnet ihr mehrmals dem Schelm-Pokémon Felilu. Also, wie sie es auch beim letzten Mal gemacht haben. Vielleicht hat ja da einer dann das Shiny drin, ohne in Singapur gewesen zu sein. Ich freue mich auf jeden Fall. Das sieht auf jeden Fall alles gut aus. Das macht sicherlich auch mega Spaß. Wenn ich schon sehe, dass Mega-Latias und Latios da in den Raids sind, dann nerven wieder alle die ganze Zeit. Ey, kannst du Mega-Raids machen mit dem und dem und dem? Werde ich aber natürlich nicht machen. Wir werden die Raid-Bosse, die in dem Moment da sind, machen. Die waren weltweit mal für alle da, für uns. Jeder hat das gemacht und die werden sicherlich irgendwann mal wiederkommen für alle. Und dann stürzt euch bitte alle mit einmal drauf. Also, dass du einen einzigen versuchst, zu einem Raid zu werfen und der es natürlich nicht schafft. Oder ihr Zehn da reinwerft und die es auch nicht schaffen. Weltweit ist das einfach besser. Gibt es mehr Möglichkeiten, denn die Dinger haben es wirklich in sich. Bevor wir uns die Haare daran ausreißen, machen wir es lieber dann ordentlich, wenn das passt. So, wie findet ihr den Inhalt? Was sagt ihr dazu? Habt ihr die zwei anderen Safaris gesehen? Für mich wirkt das auf Anhieb gerade wie die interessanteste. Aber wahrscheinlich sage ich das bei jeder und deswegen würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out for Haut. Euer Ramses.